Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist wirklich so old. Tachu. 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 Oh, mein Gott! Stop! Endes Ding! Oh! Was ist denn hier? Oh! Hörst du das, da? Oh! Oh! Nein, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich sehe nichts mehr. Tanja, das hat aber ein gradgereichtes Ding. Ich bin gut. 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 Die Sonne ist heiß, die Blumen bunt, wer frisst unsere Reste, natürlich der Hund. Oh Gott, Kröte oder ein Frosch? So gut, das sah aus wie Rindel. Gleich gut, ja. Jetzt kann man das aus, wenn meine meine Straußschülle, wenn meine 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 Dicht sind, so wäre es nicht. So, dann fließen wir mal so richtig dicht vor. Ja? Alles ist schon alt. Ja. Das ist schon toll und von... Ja, das ist schon alt. Das ist schon alt. Herr Böhm, der steht im Wald, wo er ist nicht alt. Auf Morsitz ist es wunderbar, ihr müsst mir glauben, dass es wirklich war. Die Sonne ist heiß, die Blumen bunt, wer frisst unsere Reste, natürlich der Hund. Sehr schön. Danke. Sie wurden die anderen gedichtet. Ähm. Ich habe noch... ... die Schäule, steht der Herr Böhm auf einer Stelle. Na ja, erwarten Sie ja von Zuversicht, weil auch Frau Huber eher erpicht. Oh! Das ist ja übel. Doch leider, leider, zu dem Hund kam da der böhmische Mischlingshund und sagt... Keine Freude! Man sagt ja bitte, das war ein Witz! Gehst du da nochmal weg, ich kenn den Rhein! Wie kennst du den? Nein, wir haben das ganz schön gemacht! Mal, jetzt vormaschen! Steig schnell auf allen Hosen! Steig schnell raus auf den Hosen! Steig schnell raus auf den Hosen! Und schau dir an... Was? Schau dir an, wenn die Lorenz, auch ihr... Gefährt? Wenn der Gefährt am Baum ist! Was? Super! Ja, guck mal, keine Runde! Wie denn? Ja! Ja! Achso! Danke! Für zwei, ja? Ja! 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 Okay, ich lese dir nochmal die Frage vor! Die Leute im Mittelalter waren noch nicht ganz so aufgeklärt, wie wir das heute von uns glauben! Ja! Mit diesen nicht gerade erwarmenen Gedanken muss sich auch einer als Hexe verschirrende, rothaarige Damen vertraut machen. Bevor jedoch die Flammen an den Scheiterhauten hochzündeten, versuchte noch einer der Inklusivitoren, das waren Leute, die die Antwort schon kannten, bevor sie die Betreffende Frage stellten und deshalb fächenderweise als besonderes Glück galt, sie bruchstücklich auf die Folter zu sparen. Schöne Hexe soll wieder er, du darfst einen letzten Satz sagen. Ist es eine Lüge, so wirst du, bevor wir den Scheiterhauten anzündeten, noch gefoltert. Sagst du jedoch die Wahrheit, werden wir dich nur ersäugen. Wir haben auch den Scheiterhauten, er überlegt einen Augenblick und dann sagt es hier einen Satz. Es war allerdings nicht ihr letzter, denn die Inklusivitoren mussten mir noch traut, die Streichhölzer wieder einstecken und die vermeintliche Hexe frei lassen. Welchen Satz hat es den Zuschauern hier Gaudi verdorben? Die einzige Antwort? Jetzt dürfen Sie uns die Antwort sagen. Die vermeintliche Antwort. Wie war das in der Meinung? Wenn sie die Wahrheit spricht, dann wird sie nur... Also sagt sie, ihr werdet mich foltern. Ja, das steht hier auch. Der lebensrettende Satz lautete, ihr werdet mich voldern und verbrennen. War diese Aussage wahr, so hätte man sie ins Wasser sagen müssen. Dann wiederum wäre die Aussage falsch gewesen und sie hätte auf dem Scheinlaufen sterben müssen. Da die Politiker kein Ausdruck haben, dann hätte ich es auch nicht mehr. Wenn Sie sagen, wir werden vollkommen. Wenn der Satz stimmt, dann müssen Sie sie, Herr Seufel, wenn sie die mal einspricht, das geht ja aber nicht. Wenn sie aber lügt, dann wird sie vollkommen. Nur, das können Sie ja auch nicht, weil das nicht stimmt. Also widerspricht Sie die beiden und dann können Sie keine Lüse für eine Lüge. Ich weiß nicht, oder kein Lüge. Das war gar nicht so. Können wir uns mal drehen oder nicht? Das ist die Rolle. Hab ich ja gerade vor, hab ich auch gerade. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hinab. Hä? Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hinab. Ich bin Jacky O'Lehmann. Ich habe ihn dabei, Mann. Den Stopp habe ich dabei. Halbzeit. Wer wolle den Stopp sehen? Wie viel zahlt ihr? Ersten Stopp. Erste Stopp, Mann. Ersten Stopp, Mann. Oder es läuft nichts. Er reicht's den Wohle, Mann. Fünfhundert. Lorenzo. Sollst du uns jetzt den Stopp sehen? Das ist alles, dass wir über alle Geschäfte in Stapfen haben. Was verlangt er? Meine Tochter, meine Frau, mein... Du sollst uns keine Geschichten erzählen. Wie viel willst du? Fünfzigtausend Dollar. Das gibt mich ein Dreck, Mann. Wir zahlen die Hälfte und damit hat sie. Ey, ich möchte genau fünfzigtausend Dollar. Entweder der Donner, der vergessen das Geschäft, Mann. Ich glaube, ich habe hier einen Stopp für hunderttausend gekauft. Ey, das gibt mich ein Dreck, Mann. Erzähl das keine Geschichten. Ein Freundschaftspreis von fünfzigtausend Dollar. Halt immer den Buskater. Fock und Kekse, jetzt mit der Pferd. Schmeckt den, oder? Ja, das klappt immer voller. Ah ja, das kann ich da ja wohl gegen machen. Jetzt holst du ja den Lachlöckchen, die Tuch und dann... Oh, seid ihr beim Aufräumen? Ja. Wer hätt's gedacht? Ihr seid fertig. Ist die Flasche in der Bode? Psst, da wohl. Lester ist fast speckendes Bode. Ja, komm, fast speckendes Bode. Nein. Jetzt sagst du, wie du dich immer auch gefahren bist. Guck dir mal den Müller einmal an. Ist fast speckendes Bode zu treten. Ihr habt eure Zahnpasta-Pool das selber, wenn der Öl. Ja, die kannst du nicht. Hm. Hm. Na, Robert. Hast du aufgeräumt, Robert? Ja. Und? Was? Alles sauber? Ja. Willst du wohl über den Schrank? Rauf, willst du wohl über den Schrank, Robert? Zeig es. Ja, okay. Alles, ja. Ja. Du bist ein Ruhmter. Ich will mal drauf. Huch, ich soll gleich hängen. Sorry. Na, ich mach dir mal den Hübert. Ah! Ja, ich meine. Und damit durch. Guck mal dazu, wie ich das aus der Flasche kann. Die wird mit dem Kaffee. Ich muss ja den Fleisch nicht nur machen. Wir haben das jetzt immer fertig gemacht, den Windelgast. Wir haben es gleich immer geschaut. Nicht mehr. So viel, so mehr. Jetzt sind wir in Ordnung. Das ist natürlich noch nicht aufgewandt. Ja, das sieht so. Zeigst du mal Frauenordnung. Was? Zeigst du immer Frau und Ordnung? Ja. Ja, wo und Ordnung? Ja, wo und Ordnung? Ja, wo und Ordnung ist es nicht. Passt du alles auf? Was soll das sein? Was soll das sein? Oh ja, der schöne Blick aus dem Fenster. Der ist nämlich super. Das Zimmer von Herrn Böhm. Das Zimmer von Herrn Böhm. Wann war in der Schule. Das ist so. Danke, dass wir die Schule sind. Genau. Und是 ... Ja, Herr Böhm, brauchst du dann noch raus. Das ist normal. Ist das ganz gut? Das ist schon Shakespeare-Frog. Warum soll er nicht auf? Was meint ihr? Bis auf die Toyin die Rechenaufgabe, dass ich um eins verrechne, um eine Ziffer. Das heißt, im Moment ist also eigentlich halbwegs gleich bis auf die Zeit. Gruppe Nr. 1. Können ihr drei Mann loslassen oder habt ihr einen? Halt sie gut. Darf ich bitte? Na ja, na ja. Drei Minus. Drei Minus. Drei Minus. Gut, jetzt als erstes ein Sonderpunkt für die Gruppe, die innerhalb von 20 Sekunden die der Meist mal wirflig einsam wird. Haha, wunderbar für zwei Flieger. Der wieder. Neue Ermitt, zeigen. Aber der ist beschmutzt, gib den Abzug. Halt sie. Also sollen die zwei? Einmal. Zwei. Grob jetzt zusammen. Halt sie. Halt sie. Halt sie. Halt sie, Halt sie. Guck mal. Halt sie. Ich muss aber dann mal dieren. Das stimmt doch. Grüßen, von Mittag weht es lau. Aus allen Ecken sprießen die Blumen rot und blau. Drauswurm, die braune Heide ist nicht eingewandt, gar fein. Und lädt im Festtagskleid zum Maientanzer ein. Zweite Strophe auch. Ich wollte es nicht glauben, er schenkte mir Trauben. Ich war so froh, ich war so froh. Und seitdem aß ich nur noch Strahl. Du, 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 du. Oh, come on. Ganz kurz ist mein Gedicht. Vergiss mich bitte nicht, du altes Gesicht. Ist ja lebensgefährlich hier. Ey, Anna, ist rum. So ist es gut. Ja, und der Fährt, ey. Der kommt natürlich, ist ja dann keine Pyramide. Ja, Pyramide, das war es dann, okay? Ist nicht. Ich habe eine schöne Zeit. Ah! Moment, Moment. Hey, du sollst nicht lachen, war der Wien. Lachen, lachen. Geh doch! Moment, nochmal Probe! Ich mach mal den Kopf mal zurück! Ja, komm mal her! Moment! Ja, warte noch hinten! Ey, die macht hier voll Dress! Oh! Oh Gott! Ich krieg die Zimmer! Hä? Schlüssel! Schlafen! Hä? 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 Wir sind der Blau, muss wegen technischer Arbeit von 15.30 bis 16.00 Uhr. Also, erst mal. Scheife, ich weiß immer noch nicht. Ah, ich hab's. Ist der? Scheife! Ich bin nicht eins, ich bin nicht eins. Nein, aber ehrlich, das ist so eins. Wir haben jetzt keine Flur. Nein, ich bin nicht eins. Nein, ich bin nicht eins. Ich bin nicht eins. Komm schon mal! Und ich komme, das ist eins, das ist eins. Mein lieber Schweine. So Leute, jetzt kommt der Große Durchschnitt ausrechnen. Vorbereiten, ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten, eine Minute oder zwei. Fangen wir zwei Minuten maximal, vorbereiten. Ihr sollt uns was darstellen. Und zwar, Thema ist Adam und Evas Vertreibung aus dem Paradies. Dazu muss einer die Liebe Gott spielen, einer der Adam, einer Eva und einer die Schlange. Nein, so. Alles klar? Ich kenne aber die Geschichte nicht. Und die erzähle dir jetzt schon, was du machen solltest. Zeit ist gelaufen, auf! Hey, wenn du willst, war doch jetzt nicht. Hey, ist er! Ich kenne mal einso. Da bin ich ganz schön. Na ja, ist der Vater. Ich kenne mal ein alem. Du bist gut. Hör. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Ich kenne mal ein. Ich kenne mal einen. Den gehör mal einen alten. Hier ist eingeladen. Da ist das gut. Das ist gut. Oh, ich kann nicht schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die nächste. Ja, danke. Die erste Gruppe. Ihr kriegt jeder zwei. Das sind vier mal zwei ist acht. Aber Leute, nicht den Bus rumsauen. Um Himmels Wille. Nicht noch einmal die ganze Putzerei anfangen. Nicht noch einmal. Ganz vernünftig, das Toyin diesmal. So, und Gruppe? Nimm mal Bier, Toyin. Da ist vielleicht sogar ein Null einmal am Bus. Sie können das reinhaben. Ja. Machen Sie? Dankeschön. So. Die Jury. Hast du vier bekommen? Ja. Oder Anna. Oder Anna. Wie vielleicht du? Hey, ich kann ja haben. Ey, du musst schwer tragen. Aber dafür, dass ich verloren hab. Äh, hast du verloren. Ey, ich hab von euch auch mal mehr gesehen. Ich werde euch dann absahrenderweise filmen. Und eine als Blende machen, ne?